Heute ist der Studienstart für die Health and Medical University hier in Erfurt. Die Medizin kehrt nach Erfurt zurück. Eine große Tradition findet jetzt nach kurzer Unterbrechung ihre Fortsetzung. Ich bin stolz darauf, dass sich die HMU für Thüringen, für Erfurt entschieden hat. Danke allen, die dafür gesorgt haben, dass wir heute dieses würdevolle, wichtige Ereignis begehen können. Wir brauchen Absolventen in den medizinischen Fakultäten, in der medizinischen Hochschule, im Bereich der Medizin, im Bereich der Psychologie, denn große Aufgaben warten auf uns. Und dass wir in Thüringen einen weiteren Hochschulstandort haben, macht mich stolz und ich wünsche der HMU viel Erfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017